Jo Leute, was geht ab? Wir haben am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon am Titel. Wir reagieren heute mal auf einen Song, der an meine Freundin gerichtet ist. Was geht? Hi. Freust du dich drauf? Ja. Raus hier. Dann ja Leute, ihr seht es im Hintergrund. Der liebe Denergy hat einfach einen Liebessong an meine Freundin gemacht. Wie kommt man auf diese Idee, Digga? Einfach Liebessong hochgeladen am 25.03.2021. Ja, gut, hab ich gesagt, dass wir zwei Monate später die Reaktion aufnehmen. Aber keine Sorge, das Dislike ist natürlich schon dagelassen. Bist du echt? Klar hab ich gedisliked. So eine Scheiße unterstütze ich doch nicht. Warum? Ich würd sagen, Leute, ich belabere nicht langtum herum. Wir gönnen uns jetzt mal ganz kurz ein bisschen zweitklassige Musik. Bist du gespannt? Ja. Wir starten rein. Und let's go. Freunde, letzte Woche haben wir ja für Wives Freundin gekocht. Es ist ziemlich in die Hose gegangen. Und diesmal hab ich einen Song für sie geschrieben. Ganz kurz, wenn du den Song ansatzweise gut findest, ich trenne mich von dir. Digga, Mensch, die hässliche Fresse. Schon wiedersehen. Das ist für dich, Alena. Mach auf. Hör auf zu lachen, du musst traurig gucken. Nein, warum? Los, guck mal traurig. Okay, so, weiter. So toll der Song, gell? Ja, nicht super scheiße. Junge, er nennt mich Fettsack-Heinz-Moll. Du wiegst 400 Kilo mehr als ich, Digga. War es dir lieber, blond oder schwarz? Blond. Richtige Antwort. Junge, weißt du? Ja, komm, er blendet nur die Szene ein, wo er mich schlägt. Das eigentlich kann... Ach, komm. Komm, scheiß auf, Digga. Komm, scheiß auf, Digga. Ja. Ja. Ganz kurz, hat er dich nach Erlaubnis gefragt, du es hochzuladen? Nein. Das wird teuer, wobei, da ist ja nicht viel zu holen, leider. Nein. Das war wohl der Geist. Ja, 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 mein Chicken Masala ist auch dieses Mal ohne Fleisch. Wir laufen weg. Alena, bitte scheiß auf, er weiß. Oh, Alena, yeah. Also, ich muss ehrlich sagen, ist gar nicht so schlecht, oder? Voller Ohrwurm. Okay, das war's. Nein, nein, das ist scheiße, aber... Ich geb dir gleich Ohrwurm. Ich sag, dieses Mal ohne Fleisch, wir laufen weg. Alena, bitte scheiß auf, er weiß. Scheiß auf ihn. Scheiß auf den Fertzak. Ich hätt gedacht, das wäre schlechter. Ich hab in der Song schon mal am Anfang so ganz ein bisschen gegeben, aber ich wollte auf die Reaktion warten, was ja Gott sei Dank nur zwei Monate gedauert hat. Ne, ich sag gar nichts, ich geb da jetzt nicht Props für den Song, um meine Freunde, Digga. Ich bin ein Ellenmann, yeah. Ein Stück Scheiße bist du. Und wir trinken ganze Nacht Wein aus dem großen Glas, aus der Vase. Okay, das ist gut. Für die Leute, die es nicht raffen, in einem Video, wo Daniel von meiner Freundin gekocht hat. Doch, das war aus der Vase, wo wir getrunken. Oder du getrunken hast, ne? Da hat sie ein Getränk von ihm bekommen und hat es auf einer Vase serviert bekommen. Und ich hab es leider nicht, doch mein Herz ist ausgeholt, yeah. Junge, wie ja richtig Musik, wie, Junge. Ich sing dir schöne Lieder, wenn du schlafen gehst. Komm mal bitte mit und ich zeig dir, wie es geht. Hey, Scheiß auf den Vase, Scheiß auf den Vase, Scheiß auf den Vase, Scheiß auf den Vase. Naja, baldige Ex-Freundin. Ich weiß, ich bin auch fett, aber... Und ob du fett bist, Digga. Also, wenn wir das jetzt mal so sehen, okay? Also du und ich... Also, du bist schön, ich bin schön und er ist fett. Junge, was ist das wollen, Mann? Sinn, optisch. Okay? Und du musst auch mal jemand anderen ausprobieren. Was soll das? Nein, Spaß, Leute. Ich sing mir, Lukas. Lukas, ich will dich... Ich hab's nicht... Ich versuch grad, die Zeit zu überbrücken, weil die Hook gleich nochmal kommt. Und ich will das alle mitsingen. Alle in die Kommentare. Hashtag Ellenmann, okay? Ich hoffe, niemand singt mit. Drei, zwei. Okay, kurze Pause. Kurze Frage. Gala, von 1 bis 8. Bewertet ihr dann mal optisch. Komplett ehrliche Meinung. Nur optisch, Scheißegal. Wenn du Single wärst. Ein. Real Talk. Warum? Warum? Ist nicht mein Typ. Wenn du Single wärst, dann würde dich ansprechen. Würdest du mit ihm ein Date machen? Nein. Nicht? Natürlich nicht. Aber er hat schon ne lustige Art und so. Ja, hat er auch. Aber? Aber ich darf nichts anderes sagen. Also nein. Junge, sag mal die... Jetzt mal Real Talk. Nein, wirklich nicht. Echt? Ja. Mies, oder Daniel? Ja, ich selber würde Daniel auch von 1 bis 10 so ne Minus 28 geben. Aber ne, Leute, Spaß beiseite. Wenn ich an Daniel denk, weißt du, was ich mir dann denk? Mh. Uhhh. Mann, zähl? Mann, zähl meas, ma vida. Mh. Yeah, yeah. Mh. Mann, checke, maztalar. Es sortize mal. Onner, fleisch. Veio when Beck. I need a big cash, a shop, Hawaii. Even noty. Rrrr. Even noty. Jim. Digga, what the fuck? Porteschka zu, wer ist der Mann? Digga, what? Einfach auf Indisch, Junge! Okay, das feier ich. Das finde ich. Besser ist er. Bestellen sie jetzt... ...Alina und sie kriegen das Album Alinas Curry Chicken Hotdog dazu. Der Song hört sich so an. Und sie haben immer noch nicht genug, kein Problem. Bestellen sie dann die neue Single, A Wives Fettanteile. Digga, du kleiner... Du kleiner... Digga! Bearbeitet? Das ist nicht verarbeitet. Oder ist es verarbeitet? Junge, Daniel, du kleiner... Digga, so ein... Ich schwör's euch. Das Ding ist, ich blend jetzt mal ein Bild ein. Das ist Daniel, Junge. Das ist 100-fache was. Hast du auch so ein Bild von dem? Ja, klar hab ich so ein Bild von dem. Ich werd's einblenden. Und Daniel wiegt, ich glaub, 30 Kilo mehr als ich. Und ich seh'n solche nicht mehr so aus. Daniel? Du? Hm? Ja, ich würd' sagen, der Dislike war schon echt berechtigt. Kommentier ich auch direkt mal. Hab ich nicht gefeiert. Ganz klare Daumen runter. Auch von Alina. Ausrufezeichen. So. Passt, oder? Wirst du genauso sehen? Ja, natürlich. Sicher? Drecklich. Also, ich muss ehrlich sagen, der Song war nicht schlecht. Aber alleine... Digga! Alleine, dass du kleiner Pico nen Liebessong an meine Freundin machst, Digga! Das wird so Rache geben. Und jetzt ganz kurz hier. Das Ding ist nur unten. Der Box-Ding. Ich will's nur kurz zeigen. Er hat mir extra schlecht gegeben. Guck, jetzt. Er schlägt. Ich mach Deckung zu. Ich sag's sogar. Schlag! 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 Der Scheiß! Hä? Der hat seinen Schlappen. Ja. Das Ding ist... Warte mal zum Thema Fansack, Leute. Wir gucken noch mal kurz den Anfang vom Video. Ich komm raus! Wir sind grad vor. Lukas ist ein Zuhause. Der steht vor meiner Tür in nem Abnehm-Battle. Ich komm raus und der frisst Burger-Kick, Digga. Also irgendwer hat die Regel nicht verstanden, glaub ich. Wir wollen mal sehen, wer fett ist. Ja, das wollen wir mal sehen, Digga. Komm auf die Straße, komm raus! Ey, das wird so Rache. 140.000 Klicks, Bruder. Deswegen war natürlich auch dann der Song. Da musste wieder ein paar Klicks abgesahnt werden. Ja, und was ist deine Rache? Das werden wir noch sehen. Leute, ich würd mal sagen, das war's mit der heutigen Reaktion. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auf gar keinen Fall bei Daniel vorbei. Der Junge hat's echt nicht verdient. Ich würd sagen, Instagram zu meiner Freundin in der Beschreibung. Lasst da gerne ein Abo da. Falls ihr eine krasse Idee habt, wie wir das Daniel zurückzahlen können, schreibt's mal in die Kommentare, Leute. Wir brauchen irgendwas, wir brauchen irgendwas Heftiges. Ich denke an sowas wie so Auto anzünden oder so. Der hat leider keins. Deswegen, ja, Leute, schreibt was in die Kommentare. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut da rein! Willst du auch immer grüßen oder was sagen? Perfekt, Leute. Haut rein! Ciao! 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 Ciao!